Da gibt es auch eine realistische Variante der Siab, das habe ich auch schon Benni gesagt in der Vorheraufnahme. Es wird Jörg-Jerob Wagnermann, die werden ihn probieren zu holen. Die werden Wagnermann holen, der spielt der Bulli, der ist deutsch, das ist zu obvious, dass es nicht passieren würde. Ich habe mich aber trotzdem für einen anderen Spieler entschieden. 25 Millionen, das wird Dortmund nicht zahlen, das ist unrealistisch. Meiner Meinung nach müssen sie es zahlen für so einen Spieler. Das heißt Sascha Boy von Galatasaray. Das ist ein sehr athletischer Spieler, brutale Geschwindigkeit, erinnert mich teilweise an Walker. Bis zum nächsten Mal.